hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren gruseligen folge von down of zombie im halloween update ich habe da mal was vorbereitet und mir fehlt jetzt nur noch einer von diesen kürbisköpfen da einer kürbisköpfe wurden im grünen gelben und roten gefahren gesichtet solltest du keine finden verlasse den ort und kehre später zurück alles klar so wie sieht's waffentechnisch aus ja die sieht gut aus okidoki und gesundheitlich pflaster zack ok zeit übrig 12 stunden 3 dann schauen wir mal wir gehen mal hier in das eisenötland also waffentechnisch und ausrüstungstechnisch sehe ich eigentlich sehr sehr gut aus kürbisköpfe 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 Sorry, da war ja noch einer. Süßigkeiten! Juhu! Da sind sie voll? Okay, gucken wir mal. So. Belohnung einfordern! Meine Belohnung! Jawoll! Eine Kiste. So, Hütte 4, Elite-Vuduisten. Todesrögen und Hempasen wurden in gelben und roten Gefahrenzonen gesichtet. Solltest du keine finden, verlasse den Ort, bla 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 bla. Okay. Gelbe und rotes Gebiet. Gelb und rotes Gebiet. Wieder kaufen. Gelbes und rotes Gebiet. Gelb. Nicht gelb. Okay. Gucken wir mal hier hin. Gucken wir mal. Wow. Der Sensemann. Legendäre Totengräberwaffe. Herz von Karnifix. Herz von Karnifix. Ach, das ist Herz von Karnifix. Alles klar, das muss ich also kaufen. Okay. Na gut. Ja. Und es brutzelt schon wieder an meiner Rüstung. Oh mein Gott. Waldrand. Waldrand. Guten Morgen. Es ist neblig. Toll. Und da ohne ab. Und da ohne ab. Und da ohne ab. so. Tag. Elch. So. Und der zweite Elch. das ist ja auch nur durch ok, reicht nicht ja alter, du hast doch ein vogel ach ja, da sind sie hat er was nicht die töten oh fuck Was? Alter ihr seid doch irre. Hu 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 hu. Okay. Oh eine Geschenktruhe. Was haben wir denn hier noch für Waffen? Eine AK kann man nur nehmen. Sehr gut. Okay. Wir nehmen das. Das sieht besser aus. Töte Elite Kürbiskopf. Alter Schwede. Da muss ich wohl noch mal nach Hause fahren und sich noch mal neu ausrüsten. Oder was. Da kommt er. Komm. Komm. Steck ihn. Echt jetzt. Das war nichts. Das war keiner von denen. Oh. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ja. Oh. 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 Die waldfee. Ich kann nicht rein und die nicht Juhu War ja einfach Komm mit du Penner Ja cool, ich hab jetzt eine neue Stufe So, was spricht denn von dir? Mensch hier lass mich doch mal jetzt in Ruhe hier Boah krass und scheiße Fuck 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 Uh Ah, das ist meine Radioaktivität. Krass, meine Wüse ist kaputt. Bamm, hat's gemacht. Ach, naja. Voll krass. Ja, das kostet schon ein bisschen was. Und ich bin nackt. Na toll, ich bin nackt. Ich bin nackt. Toll. Tschüss. Tschüss. Hu 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 hu. Also, da kommt was auf uns zu. Oh shit. Okay. Kurze Werbung. So, ich wollte euch nicht belästigen mit der Werbeeinblendung. Also, naja. Ich habe sie mir kurz angeschaut. Und jetzt laufen wir nach Hause. Also Leute, das ist mal krass. Helloween endet in 17 Tagen. Und ich habe Zeit 11 Stunden. Das ist ja komisch. Das ist ja echt komisch. Boy. Da kann ich ja wieder mein Arsenal aufstocken. Ja, wie man sieht, ich bin nackt. Ich habe es geschafft, einen zu töten. Also, ich werde mein Bestes geben. Und. Oh. Juhu. Ich kann ein Hemd anziehen. Ich kann ein Hemd anziehen. Ich kann ein Hemd anziehen. Jawoll. Das hatten wir schon. Sehr gut. Kartoffeln. Hier ist fertig. Fertig. Dann machen wir das schnell noch in. Stoff rein. So. Und das andere in die andere Maschine. Zack. Ähm. Leder. 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 Kommt. Leder. Kommt. 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 So. Leder kommt hier rein. Eine kleine Krassebeutel. So. Hm. Jetzt schmeißen wir ihn mal weg. Okay. Holz haben wir aktuell. Na, hat auch ein bisschen was. Okay. So. Die ganzen Süßigkeiten. Warte mal. Wie war das? Mit dem. Mit dem Fahrrad. Oh. 59 Euro. Oh. Schwarze Hände über. Schwarzer Wandler. Wie war das? Kein Ziel. Wie war das mit dem Fahrrad? Nein. Auch nichts. Nein. Hier war das. Da. Fahrrad. Ja. Sehr gut. Sehr geil. Ich hab jetzt ein neues Fahrrad. Ich hab ein neues Fahrrad. Ähm. Bodenabschnitt platzieren. Du kannst dies nur auf einem Bodenabschnitt platzieren. Du kannst dies nur auf einem Bodenabschnitt platzieren. in deiner Zukunft, äh, in deiner Zuflucht aufbauen. Kannst du in deiner Zukunft, äh, in deiner Zuflucht aufbauen? Das klippt ja wohl gleich aus. Das klippt ja wohl gleich aus. Das klippt ja wohl gleich aus. Die Werkbank für die Montage von Totengräberfahrrädern. Ja. Himmelsackzement nochmal. Jetzt hat er schon wieder Hunger. Okay. Hm. Das haben wir noch nicht. Das haben wir auch noch nicht. Das haben wir auch noch nicht. Das haben wir auch noch nicht. Damit diese Säurefarbe malte Farbe in voller Symbole und Knochen geeignet wurde, Säurefarbe nicht funktioniert. Top. Wie ist das nicht momentan? Leinen. Sehr gut. Ja, 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 ja. Hm, Leute, 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 Leute. Ich habe momentan keine Ahnung, wie das aufgebaut wird. aber ich mach mich schlau und ja achso lassen wir uns doch schnell die halloween kisten aufmachen vielleicht ist da was gescheites drin also halloween kiste 1 die fängst du öffnen schädelgranate mhm süßigkeiten kürbisgranate explodiert und verursacht nice 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 Und? Boah geil. Na. Das trecken wir doch mal über. Toll hat der nischt. Das hat ja gar nichts. Na gut die Schrotze die ist schon gar nicht so verkehrt. Die Schrotze ist schon gar nicht so verkehrt. Aber schaut mal hier. Ist ja nicht wie bei armen Leuten. Zack. Zack. Und. Zack. 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 Irgendwas mit Feuer. Schrotflinte. Damit können wir den Leuten jetzt gut einheizen. Und. Ja. Die nehmen wir auch noch mit. So. Und. Äh. Und was normales. So. Okidoki. Damit bin ich gerüstet. Ich hab Granaten. Ähm. Wo sind denn meine. nie? Ja. aber ja, aber ja, aber nein, aber nein verstehe ich jetzt überhaupt nicht gut, vielleicht hatte ich noch nicht so viele alles klar Leute, in diesem Sinne jetzt mal duschen oder mich waschen also die drei Elite Hainis, die kriege ich noch platt das sollte jetzt nicht das Problem sein so und die leeren Dinger hier rein so alles klärchen so wir sind gerüstet ach, Misti ist einfach mit Kisten ähm halt die Granate nehme ich mit Frischung zu trinken sehr gut so so okidoki alles klar ja in diesem Sinne ich bewege mich zum nächsten Punkt ja jetzt ist das Video wieder schnell länger gegangen als ich eigentlich wollte aber aber ja vielleicht schon interessiert mich jetzt gar nicht ich reise nein hier in das verbrannte Land wo es schön brutzelt wo es schön brutzelt und britzelt zu mir gestoßen sind danke 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 und haltet mir die Treue in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Samstag bis zum nächsten Mal wünscht euer 복atpaargi Brezlebrezle Vielen Dank.